Willkommen zurück, Peter hier und heute möchte ich mal einen Mythos etwas auseinandernehmen und zwar, dass viele Leute glauben, Frischkochen ist das einzig Wahre und nur Frischkochen ist auch gesund und man muss stundenlang am besten in der Küche stehen, wenn man sich gesund ernähren will und das ist natürlich totaler Quatsch und warum das so ist, das erfährst du jetzt. So, wie komme ich denn überhaupt auf dieses Thema, weil ich es doch sehr, sehr häufig lese, ja gerade so in unserer Facebook-Gruppe, falls du da noch nicht drin bist, dann gerne mal Vorbeischauung Diabetes im Griff, da heißt es halt oft, ja ich ernehme mich eh gesund, ich koche immer frisch und dann denke ich mir immer, hat denn Frischkochen immer was damit zu tun, ob das optimal gesund ist oder nicht, weil am Ende des Tages geht es ja darum, welche Lebensmittel isst du, weil ich kann mir ungesunde, schlechte Lebensmittel, kann ich mir auch frisch zubereiten und habe dann aber nichts gewonnen, ja dann habe ich vielleicht viel Zeit verschwendet in der Küche, habe einen riesen Aufwand gehabt, aber bin meinem Ziel nicht näher gekommen, das heißt ich nehme dadurch nicht ab, meine Blutzuckerwerte verbessern sich dadurch nicht, ich fühle mich dadurch nicht besser, ich habe eigentlich nichts gewonnen, ich habe einfach nur viel Zeit in der Küche verschwendet und denke, es ist gesund und im Grunde war es es aber nicht, ja das heißt, ob etwas gesund ist oder nicht, kommt eher darauf an, welche Lebensmittel esse ich und nicht, ob das jetzt lange dauert oder nicht, ob es frisch ist oder nicht, weil ich kann mir auch ganz ganz viele tolle Sachen zubereiten, auch Fertiggerichte, Tiefkühlgerichte, da gibt es jede Menge, die sind super, die sind genial, da habe ich aber nicht frisch gekocht, da habe ich mir einfach nur irgendwas aufgewärmt, dann kann ich mir das noch ein bisschen anmachen mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen, weil Geschmäcker sind verschieden und manchmal braucht es halt noch so einen kleinen Pepp, damit das Ganze ein bisschen leckerer ist, weil es alle auch schmecken und dann habe ich null Aufwand gehabt in der Küche, ich musste nur was aufwärmen und habe trotzdem gesund gekocht, gesund gegessen und erreicht dadurch mein Ziel, weil es gibt ja viele Leute, die haben weder Lust zu kochen, die haben weder Zeit zu kochen, die sind vielleicht auch viel unterwegs, kommen spät nach Hause, da hat man keinen Bock mehr, da will man seine Ruhe, da will man möglichst schnell, effizient, irgendwas Vernünftiges essen und dann passt es, das heißt, es könnten ja diese Leute, die gar keine Zeit zum Kochen haben, könnten ja dann faktisch nicht gesund sein, weil sie ja nie wirklich frisch kochen, das macht ja schon mal keinen Sinn, okay, das heißt, es kann auch sehr, sehr einfach sein, man muss halt nur wissen, auf was man achtet und auf der anderen Seite kann man auch sehr, sehr viel Zeit verschwenden und eine Riesenwissenschaft draus machen und im Grunde geht es keinen Schritt voran. Wie gesagt, man nimmt nicht ab, die Werte werden nicht besser, Medikamente kann man nicht reduzieren, es passiert einfach nichts, obwohl man denkt, ich stecke da so viel Zeit in das ganze Thema, ich investiere so viel Zeit, ich schaue immer, was ich einkaufe, ich stehe in der Küche jeden Tag, egal ob ich Zeit dafür habe, ob ich Lust habe, ich mache das einfach und es passiert nichts. Und da sollten dann eigentlich schon mal hier oben, sollten dann schon mal die Gehirnzellen angeworfen werden, dass man mal denkt, hey, an dem kann es vermutlich nicht liegen. Also bitte, wenn du kein Fan bist, ewig lange in der Küche zu stehen und immer frisch zu kochen, dann musst du das auch nicht und dann mach das auch nicht zu deinem größten Problem oder deinem größten Ziel, dass du das machen musst, sondern geh halt einfach den Weg des geringsten Widerstands und mach es dir so einfach, wie es geht, Hauptsache es ist effizient. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche, weil wir haben ja viele Kundinnen und Kunden, die auch wenig Zeit haben, die auch nicht gerne kochen, da muss es auch schnell gehen und denen zeigen wir auch, wie das funktioniert und es funktioniert ja faktisch. Vielleicht hast du auch schon einige Kundeninterviews angeschaut, angehört. Man merkt ja, es klappt mit wenig Zeitaufwand. Natürlich, wenn du jemand bist, der gerne in der Küche steht, dann bitte, dann kannst du dir da jeden Tag was Frisches zubereiten. Das kann natürlich auch sehr, sehr gesund sein, wenn man weiß, was man macht. Ich will jetzt da keinen sagen, obwohl du Lust zu kochen hast, lass es, weil das bringt nichts. Natürlich kann das auch sehr, sehr gesund sein, aber das ist nicht der entscheidende Faktor. Um das geht es doch. Das heißt, wenn du eben viel beschäftigt bist, wenig Zeit hast, keine Lust auf Kochen hast, dann mach da jetzt nicht so den Ding, ich kann mich gar nicht gesund ernähren. Ich kann eh nichts machen an meinem Zustand, weil wo soll ich mir die Zeit hernehmen? Das ist eher dann eine Ausrede, sondern sorg du einfach dafür, dass du eben effizient und einfach dir was Schnelles, Vernünftiges zubereitest. Und dann ist es egal, welche Tageszeit, da kommst du abends nach Hause, dann dauert es vielleicht noch, je nachdem, was du machst, das kann in fünf, zehn Minuten, also in fünf oder zehn Minuten, kann da was super Leckeres zubereitet sein, ohne großen Aufwand. Und du hast gesund und lecker gegessen und du hast dich auch satt gegessen. Und dann ist es super easy. Also das ist wichtig, dass man das verstanden hat, weil sonst müsstest du dich ja geschlagen geben als vielbeschäftigte Person und sagen, ja, ich kann eh nichts machen, dann nehme ich es halt so hin. Gibt genug andere Wege, um sich schnell einfach easy was zuzubereiten und das können wirklich auch Tiefkühlgerichte sein. Das können auch zum Teil Fertigprodukte sein, wo man denkt, da ist ja alles Mögliche an Zeug drin, aber das sagen halt Leute, die gar keine Ahnung haben, die wissen gar nicht, was da drin ist. Die lesen einfach nur irgendwelche Sachen, die da hinten draufstehen und wissen gar nicht, was die Sachen bedeuten. Wie gesagt, da gibt es ganz viele tolle Sachen. Mach es dir nicht zu kompliziert, mach es dir einfach. Der Weg des geringsten Widerstands, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Dann musst du da nicht großartig kompliziert irgendwas machen. Wenn du da ein paar Impulse brauchst, dass man eben schaut, hey, schau mal her, was passt denn zu dir? Was schmeckt dir auch? Was ist für dich effizient, einfach? Wo geht so deine Reise hin? Was ist für dich gut? Dann können wir uns das gerne mal anschauen. Trag dich mal ein bei uns für das kostenlose Beratungsgespräch. Dann nehme ich mir da mal Zeit. Schauen wir mal an. Dann bist du eher so der wenig Kocher, viel Kocher, wenig Zeit, viel Zeit. Und dann können wir schauen, was da am besten zu dir passt. Und egal, in welcher Situation du gerade bist, wie dein Alltag ist, wir werden immer die perfekte Lösung für dich haben, dass das funktioniert. Das heißt für dich, Zielgewicht erreichen, halten, Blutzuckerwerte verbessern und dann natürlich auch dementsprechend Medikamente reduzieren und nicht immer mehr davon zu schlucken. Ja, weil das ist nicht der Way to go. Das ist nicht die Lösung für dein Problem, sondern die Lösung haben wir hier bei uns parat und die können wir dir gerne auf dem Silbertablett servieren. Und du darfst dann einfach nur noch umsetzen und wirst sehen, es kann super einfach sein, super schnell gehen, auch super lecker sein. Und dann ist das alles kein Problem. Also, geh mal auf www.peterseidel.com, trag dich ein für das Gespräch und schauen wir uns die Sache an. Und ansonsten hoffe ich, weißt du jetzt Bescheid, dass man nicht immer frisch kochen muss. Es kann auch ganz einfach sein. Man muss halt nur wissen, auf was man achten muss. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und beste Gesundheit. Tschau, mach's gut, dein Peter. Glied ab, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020